Hide and Seek? Oma Edition? Okay, das hört sich nach Spaß an. Let's go home. Also ich fühl mich noch ziemlich fit. Guck mal, wie schnell ich abkriege. Leute. Und was genau muss ich jetzt... Ich hab keine E, ich hab nur Shift und... Oh nein. Wir müssen die Omas sammeln. Okay, Omas, wo seid ihr? Wo steckt ihr? Ihr doofen Omas. Da! Stop it, du Oma. Ich werd euch... Au! Okay. Schon gemein. Nein, jetzt haben die mich für immer, oder? Es ist doch... Nicht lustig. Nicht cool. Eins. Dead. Haha. Aber was ist das denn für eine flotte Oma? Ach so, wir müssen gegen sechs Omas. Oh Gott. Okay. Wir sind die Omaschnitzler. Get fucked, Oma. Ja. Okay. Noch drei Omas to go. Okay, Omas, wo seid ihr? Hahaha. Das ist so eine dumme Idee. Aber es ist cool, weil sie sich... Hey, na? Weil die mich einschläfern können. Na? Denken die, ich bin dumm? Hey, Moment mal. Ha! Okay, soviel dazu. Er denkt sich so, wo ist mein Maid hin? Hm. Der ist tot. Ich find das cool. Oh nein, nein, nein. Bloß nicht schiften, wenn du hier bist. Das ist ziemlich... Das ist ziemlich fatal. Oh Gott. Hier ist ein Warp-Wool. Ja! Ja! I'm gonna win this time. Nee, nee, du. Nein. Au. Au. Stopp. Oh. Tschüss. Wie kommen die da hoch? Moment mal. Und von da aus nach... Da hoch? Hi, na? Okay, you're dead now. Kommt sofort zurück. Oh nein. Nein. Ha ha. Dead. Wait a second. Aha, da oben. Die Map ist ja der Hammer. Die ist perfekt, wie Hiden Sie. Shiny. Nene, 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 nene. Nein. Goddammit. Hä? Moment mal. Ja. Hör auf, mich zu juken, du dummer Wichser. Hä? Das ist einfach too fast von mir, der Typ. Hä? Wo ist er hin? Da! Oh, nice. Oh. Okay. Wo steckst du, hä? Was zum Teufel? Hey. Mal gucken. Juhu. Nein. Rip. Ja, Bro. Du gewinnst nämlich nicht dieses Mal. Get tracked. Aha. Aha. Okay, Leute. Jetzt wird gerippt. Wollang jetzt? Da hoch? Never. Was? Wie? Wie? Bleib sofort stehen. Polizei. Die Oma-Polizei. Das ist so dumm. Warum ist dieser Spielmodus so dumm? Oh, ja. Hm. Well, it appears that one grandma is missing. Moment mal. Wo ist sie gerade? Kommt sofort zurück. Hm. Hast du die Oma gesehen? Mister? Oma Hunter 69? Hm. Hallo? Ach, krass. Wir können sie hier richtig rüberboosten, ne? Hm. Okay, wo bist du, ha? Oh, da hinten. Oh, ich bin richtig dumm. Ja. Loy, Gott sei Dank habe ich einen guten Teammitgliedspieler tun haben mögen möchten. Und ich würde sagen, wir sind das nächste Mal. Bis dann. Ha. Der einzig wahre Oma Hunter. W-was? Nicht. Nicht dein Ernst, Kiba Buster 15. Also ob du mir das Play of the Game wegnimmst. Du Monster. Star.